Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns mal wieder die Top 10 Maps für die Konsole an. Bevor das Video überhaupt beginnt, würden wir uns schon mal freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Das wäre einfach super für den Algorithmus und würde uns ultra supporten. Untertitelung. BR 2018 Für uns neu und für euch Standard ist auf der Konsole das Slot Limit, welches von uns letztes Mal nicht mitgenannt wurde für einige Karten und somit auch zu Recht von euch bemängelt wurde. Aber diesmal haben wir es mit dabei und dafür geht auf jeden Fall schon mal ein riesiger Dank an Gustav, denn der hat uns das für jede Karte rausgesucht, auch wenn wir es nicht jedes Mal nennen. Das heißt, alle aufgenommenen Werte wurden hier mit einer Xbox Series X erfasst, falls ihr euch jetzt wundert, dass es ein bisschen anders ist wie bei eurer Playstation 4. Fangen wir nun, aber auch direkt ohne großes Rumgelabere, mit unserem Platz 10 der 10 besten Karten für die Konsole an. Dafür reisen wir irgendwo in Bayern rum. Um genau zu sein, sind wir irgendwo in Niederbayern, was auch der Name der Karte ist. Es ist gleichzeitig auch die erste Karte des Modders Paco. Die Map soll eine Region in der Nähe von Passau darstellen und das hat er mit Hilfe von sechs Höfen, die einer großen und einer kleinen BGA sowie diversen Produktionen ganz gut hinbekommen. Als Konsolenspieler solltet ihr jedoch aufpassen, denn die Karte braucht standardmäßig schon 1987 Slots. Gehen wir aber auch direkt weiter zu Platz 9. Dort hat die Valley, die Old Farm von Black Sheep Modding ihren Platz gefunden. Und nun mag euch der Name der Karte als auch der Modder etwas bekannt vorkommen. Das liegt daran, dass der Modder auch die Old Stream Farm gemacht hat. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Auf der neueren Karte gibt es nicht nur 93 Felder, sondern auch 18 Waldflächen, welche ihr alle erwerben könnt. Das Ganze hört sich jetzt vielleicht etwas basic an, aber das Ganze wurde ordentlich aufgepeppt, denn auf der Karte habt ihr die Möglichkeit neue Fruchtsorten anzubauen. Denn vom Modder wurde auch noch Luzerne sowie zwei neue Gemüsesorten für euren Gemüsegarten hinzugefügt, welche hier roter Salat und Melonen sind. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn es gibt auch noch die Option aus Sonnenblumenöl und Kartoffeln die allzeit beliebten Fritten herzustellen. Endlich mal ein guter Grund Kartoffeln anzubauen. Ganz anders kann Platz 8 mit ihrem polnischen Flair der 90er überzeugen, denn hier haben wir die Karte Kolonia. Durch ihre abgeänderte Farbstattierung wirkt diese noch einmal sehr viel realistischer und bringt noch mehr die polnischen 90er rüber. Mit mehreren Höfen, einer Biogasanlage sowie 88 unförmigen Feldern und 6 Wiesen ist auch diese Karte optimal für den Multiplayer. Jedoch sollte der Quadrat dabei nicht eure erste Wahl sein. Wenn ihr dann doch mal einen Mangel an Geld habt, könnt ihr euch auch einfach mal nach den 100 Sammelstücken, welche auf der gesamten Karte verteilt sind, umschauen. Wenn ihr nicht in das kalte Polen wollt, könnt ihr einfach mal eine Kehrwende machen und euch auf das warme, fiktive, italienisch wirkende freuen. Denn hier haben wir für euch die Karte La Coronella. Diese bietet euch nicht nur die Option zwischen über 60 Feldern sich eines auszusuchen, sondern auch noch eine der Parzellen mit Pistazien oder Mandelbäumen zu bewirtschaften. Außerdem gibt es noch zusätzliche Früchte, die hier sind Linsen und Kichererbsen. Das Beste ist jedoch, wenn ihr die Karte herunterladet, bekommt ihr direkt zwei Karten. Auf der einen Seite haben wir die Standardvariante und auf der anderen Seite die Pro-Variante. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wohin ist da überhaupt der Unterschied? Ich kann es euch sagen. Auf der Pro-Version sind sämtliche Produktionen schon platziert. Diese Variante der Karte benötigt in unserem Test dafür aber auch 1974 Slots. Im Vergleich dazu braucht die Standardvariante nur 1674 Slots. Der Nachteil auf der Standardversion wiederum ist dann, dass ihr alle Produktionen selber platzieren müsst. Aber ansonsten bekommt ihr immer einen ansehlichen Hof sowie große, schwungvoll gestaltete Felder auf einer großen Karte. Daher ist auch sie sehr gut für den Multiplayer gedacht. Kommen wir nun aber wieder zurück nach Deutschland. Denn hier haben wir für euch Platz 6. Hier haben wir die Fichtal V2 für alle, die eine Xbox Series X, S oder auch eine PS5 haben. Natürlich, alles geht auch für PC. Für alle, die nur eine PS4 oder eine Xbox One haben, empfehlen wir dann die normale Fichtal. Denn die V2 der Karte benötigt ganze 2696 Slots. Natürlich zum Ärgernis aller PS4 und Xbox Spieler hier, aber ganz egal, welche Version der Karte ihr spielt. In beiden Fällen spielt er auf dem bayerischen Vorbild von hügeligen Wäldern und Tälern. Diese werden dann mit über 240 kaufbaren Flächen geschmückt, darunter natürlich auch die wilden Wälder. Bei alledem ist es auch komplett egal, welche Maschinengröße ihr verwenden wollt. Von ganz klein bis ganz groß ist alles möglich, da es 7 bzw. 8 verschieden große Höfe gibt. Und für alle Silomeister gibt es natürlich auch noch eine BGA. Der Modder Lukas G ist jedoch noch nicht fertig, denn es gibt auch noch Feldwege mit Schlaglöchern. Und auf der V2 gibt es auch noch einen abgeänderten KI-Verkehr mit Dreschern sowie diversen Traktoren. Was jedoch beide Karten wiederum besitzen, sind insgesamt 50 Brezeln, welche ihr sammeln könnt. Kommen wir nun aber auch schon zur Hälfte. Und wenn ihr jetzt schon Lust habt, mit euren Freunden gemeinsam zu zocken, aber keinen Server dafür habt, dann könnt ihr doch gerne mal hier oben rechts vorbeischauen, denn dort geht es zu G-Portal. Das ist ein Gameserver-Anbieter mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis und einem extrem netten Support. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nutzt doch gerne unseren Link, denn damit spart ihr sogar nochmal 10% auf alle Gameserver. Aber nun zum fünften Platz unseres Top 10 Ratings für Konsolenkarten im LS22. Mit Hilfe ihrer Liebe zum Detail und den kleinen Feldern hat es bei uns die Karte Rehbach auf Platz 5 geschafft. Die Rehbach ist eine fiktive Karte in einem kleinen Dorf in Mittelhessen, irgendwo zwischen Wetterau und dem Vogelsberg. Auf ihr warten 6 verschiedene Bauernhöfe und viele verschiedene Feldscheuen sowie Verkaufs- und Produktionsstellen. Außerdem haben wir 6 weitere Bauflächen, falls ihr selbst noch etwas dazu bauen wollt. Dort könnt ihr euch voll austoben, denn der Modder gibt euch auch noch mehr Pflanzen, Büsche, Bäume sowie Texturen zum Malen mit. Eine kleine weitere Sache hat der Modder auch noch mit eingebaut, die viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Denn es gibt einen Schrebergarten, in dem ihr nicht nur Tomaten, Salat und Erdbeeren anbauen könnt, wie ihr es kennt, sondern hier auch noch Zwiebeln. Bleiben wir nun auch noch bei einer kleinen, idyllischen, wundervoll gestalteten Karte. Auch diese kommt so wie die Rehbach vom Modder Kalle oder auch bekannt als KA77E. Und das wäre dann die Alteiche am Fuße des Westerwaldes. Der Modder beschreibt das Dorf sehr verbunden und freundlich. Aber was heißt das nun für euch beim Spielen? Wenn ihr die Karte herunterladet, bekommt ihr standardmäßig 5 Höfe. Entweder für Kühe, Schweine, Hühner oder Pferde. Für den Fall, dass es euch nicht ganz ausreicht, könnt ihr auch noch die Hof- und Gartenproduktion kaufen. Bei ihr könnt ihr noch Erdbeermarmelade sowie Erdbeermilch und auch gemischten Salat herstellen. Was diese Karte wiederum von der Rehbach abhebt, sind mehr Höhenunterschiede sowie schwungvollere Straßen, auf denen ihr euch bewegt. Damit sind wir nun auch schon bei den drei besten Karten, die es aktuell unserer Meinung nach für die Konsole gibt. Auf Platz 3 ist für uns die Map Ostseeküste. Mit ihren großen, weitläufigen Feldern bringt sie den Norden genau richtig rüber. Die Karte stammt vom Modder Traka LS und spiegelt den Ostholstein wieder. Alle Größen der Landwirtschaft sind dort vertreten. Von ganz klein bis ganz groß ist auch hier alles möglich. Das bietet euch natürlich auch die Möglichkeit, ganz klein anzufahren und dann zum Schluss mit eurem geliebten FEN 1050 herumzufahren. Um das Ganze etwas diverser wie den Standard der LS zu gestalten, wurden vom Modder auch zusätzliche Fruchtsorten wie Grünroggen, Ackergras, Klee, Luzerne und Roggen sowie Triticale eingebaut. Mit all diesen neuen Fruchtsorten könnt ihr euch dann auf ganzen acht neu gestalteten Höfen austoben. Ein besonderes Feature ermöglicht es auch, dass sich Gräben und Wasserlöcher bei Regen füllen. Aber das viel krassere und bisher auf keine anderen Map gesehene Feature ist, dass man mit dem Bautool unter Pflanzen nun Felder malen kann. Ja, ihr habt vollkommen richtig gehört. Wenn ihr euch mal vermalt habt, macht ihr einfach euren Fehler wieder weg und euer Feld damit hin. Auf Platz 2 ist für uns eine Karte vom Modder Jogen. Das wäre dieses Mal dann die Galgenberg. Denn sie ist ein Originalnachbau vom Ort Kirchen, welcher ein Teilort der großen Kreisstadt Ehing Donau am Rande der Schwäbischen Alb ist. Das heißt, in der Karte steckt sehr viel Liebe zum Detail und auch viel Zeit. Dadurch könnt ihr auch einiges auf der Karte erleben. Mit Hilfe der sieben bespielbaren Höfe, 100 Feldern, Wiesen, Forstgebieten, diversen Produktionen und einer kleinen BGA könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Auch bei dieser Karte gibt es wieder zwei Versionen, die ihr beide mit einem Mal herunterladet. Denn wenn euch die Standardfütterung der Tiere zu einfach ist, könnt ihr euch für die Food Plus Variante entscheiden. Dort wird das alles etwas schwieriger. Für den Fall, dass ihr dann immer noch zu wenig Arbeit habt, könnt ihr auch gerne euren eigenen Obst- und Gemüsehof aufmachen, mit Hilfe der Apfelplantagen und den Schrebergärten. Wenn euch diese aber noch nicht genug sind, dann hat Yogi auch noch Roggen, Klee sowie Luzerne zur Fruchtauswahl hinzugefügt. Insgesamt ist die Karte wunderschön. Durch Passanten, welche auf den Straßen laufen oder auf den Straßen parken der Autos, sowie dem realistischen Nachbau ist die Karte in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der folgenden Karte. Kommen wir nun aber zum unglaublichen ersten Platz, auf den ihr alle gewartet habt. Denn da sind wir nun bei unseren französischen Nachbarn in Lottringen gelandet. Das ist zu Deutsch die Paläkni oder auf Französisch Palenier. Sie hat einen so hohen Grad an Liebe zum Detail, dass man nur wenige Sekunden auf der Karte sein muss, um direkt zu verstehen, warum sie bei uns auf Platz 1 gelandet ist. Besonders die Höfe stechen im Vergleich zu den anderen Karten heraus. Denn hier bestehen die Höfe nicht nur aus alten oder neuen Gebäuden. Der Modder hat es geschafft, das alte Historische mit dem neuen Modernen zu verbinden und daraus einen wundervollen Hof zu schaffen. Direkt zu Beginn muss man schon mal sagen, wir bekommen vier Fruchtsorten zusätzlich. Das sind hier Senf, Triticale, Luzerne und auch noch Dinkel. Aber dabei bleiben wir nicht. Mit Hilfe von diversen umgebauten Produktionen können wir verschiedene Mehle, Öle sowie Zuckersorten herstellen. Dazu kommt auch noch der Senf nach alter Art, welchen man an seinem eigenen Hof produzieren kann, sowie pflanzliche Milch aus Hafer, Soja oder Dinkel. Und für alle Holzenthusiasten wurde auch noch das Sägewerk umgebaut. So kann man nun Bretter und Rahmen herstellen. Dabei hört das MA7 Studio Team dort nicht auf. Denn wenn es regnet, werden sowohl Häuser als auch die Straßen nass. Dasselbe geht natürlich im Winter für den Schnee. Dort können die Straßen sogar gefrieren. Alles trocknet dann langsam bei gutem Wetter wieder mit der Zeit. Für all diese Features werden auf der Konsole dann standardmäßig auch nur 1597 Slots verwendet. Wenn ich jetzt auch noch mit der Gebäudegestaltung anfange, dann wird das Video einfach zu lang. Deshalb schaut sie euch einfach selber an. Hier gibt es immer etwas Neues zu entdecken. So auch eine geheime Quest. Aber da müsst ihr selber schauen. Also wer jetzt noch nicht von dieser geilen Konsolen-Map überzeugt ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ihr merkt schon, ich bin völlig überwältigt von all diesen Features, die diese Karte bietet. Womit wir nun aber auch schon am Ende des heutigen Videos sind. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Sachen mehr zu verpassen. Schaut auch gerne bei unserem WhatsApp-Channel oder auf unserem Discord-Server vorbei. Alle Links dazu sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, ciao Leute.